Äh, der Hobby tut doch uns. Nö, ne. Doch, doch. Ich bin ein Item auf dem, ich glaub das passt schon. Ansonsten hol mir die Crap auch noch dazu. Ob das ein Vorteil ist? Who's that Pokemon? It's no way for you! Wie kann man bei dir nicht donation? Mir geht's sehr gut dank meiner Subscriber und ich halte die Leute an, das Geld bei sich zu halten, für sich selbst zu verwenden, für ihr nächstes Umfeld zu verwenden. Und wenn ihr dann wirklich noch was spenden wollt, dann entweder ihr gebt's einen kleinen Streamer oder ihr gebt's irgendeine sinnvolle Charity-Aktion, wenn wirklich noch Geld übrig bleibt am Ende. Ich bin mit meinen Subs völlig zufrieden. Ich hab den Aldi-Deal, ich hab die Subs, ich bin völlig frei. Äh, was wollte ich machen? Was wollte ich, irgendwas wollte ich picken. Was wollte ich euch zeigen? Ich wollte euch, äh, Vayne wollte ich euch zeigen. Okay, ich zeig euch jetzt einmal Vayne bitte. Also wichtig ist, ihr nehmt Liefer Tempo, Triumph, Alacrity. Dann hier könnt ihr, die sind alle drei okay. Ich glaub, die meisten nehmen, äh, Last Stand auf ihr mit, aber die sind, die sind alle drei okay. Und ich weiß nicht, was man Secondary nimmt, ehrlich gesagt. Was nimmt man denn Secondary? So vielleicht? Ist, 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 ist das der Bild? Oder kann man vielleicht Inspiration gehen oder so? Was ist mit, mit Presence of Mind? Hm, irgendwie sieht das alles falsch aus hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich, das fühlt sich sehr falsch an, die Huhn. Okay, wir bauen einfach mal ein Pro-Player den Bild nach. Der geht tatsächlich Presence of Mind und Bloodline. Der spielt Krakenslayer. Deswegen geht der Bloodline. Ich glaub, ich möchte lieber Shieldbow spielen, oder? Statt Krakenslayer. Ich glaub, mit Shieldbow geht man dann Alacrity wiederum. Cookies und Cosmic Insight. Okay, aber gegen den möchten wir wiederum Krakenslayer. Also hier möchte man dann wieder Krakenslayer gehen, ha? Ich hab, ich hab ein gutes Grundgefühl hier. Sehr, sehr, sehr gutes Grundgefühl. Fire Cracker Vein Presti... Oh, Prestige! Prestige ist gut, wenn man OTP sein möchte. Oh, ich glaub, Prestige ist sehr, sehr gut. Fire Cracker Vein Prestige Edition. Vollcreen mit Timo Dob. Nice. Man, wir sollten wahrscheinlich nicht Ignite spielen. Jetzt ist halt die Frage, spielt man Heal oder Ghost, ehrlich gesagt, ist die Frage. Ich hab am meisten Erfahrung mit Heal, also nehmen wir mal Heal. Ich glaub, theoretisch wär Ghost am besten in der Mitte, wenn du so überlevelst. Ne, Exhorst vielleicht, weil die so viel Burst haben mit Kaiser, Corki, Lee, Sin, die haben alle so viel Burst. Ne, wird schon passen. Let's try it. Wir spielen gegen Team WC, Leute, jetzt geht's ab. Kenn ich nicht. Featuring Alex. Und Alkoven Alex ist auch mit dabei. Kennst du den? Ja, ne? Also manche machen 3-Point-Q und dann W. Ich glaub, das ist so das beste. 3-Point-Q und dann W, okay. Danke für die Liebe, Bro. Wer ist das? Der Mann, du hast deinen Toplaner. Warte, ist das mein Ex-Schwimmel? Mein Ex-Schwimmel? Der ging actually in meiner Schule. Ah, gut, der geht raus. Ich hab auch mal Vayne gegen Corki in. Ich hab Corki gegen Vayne gespielt auf Toplanen gegen White Knights. Und ich hab komplett gegrieft in der Summoners-In-Liga. Sehr wichtiges Turnier damals. Ah, er ist einfach besser als ich. Was geht man? Nashors 2 first, no way? Auf Timo? Oder gehe ich boot? Ja, die ist gleich oben, by the way, Torki. High-Key sogar. Das glaub ich nicht. High-Key. Ja, gleich, ja. Ich hab 2.A, ja? Okay, ist gut. Oh, mein Gott, die tauchen. Ja, die sag ich immer. Du hast gesagt, du hast Laube nicht gesagt. Ne, ich, also, ja. F***, ich bin untröstlich. Wie Timo läuft, er wackelt die ganze Zeit. Timo ist so cool, ah. Das ist so ein cooler Champion, ah. Und er hat so Pergamentrollen dabei. Warte, was hat er da? Was hat er da auf dem Gepäck? Das sind Scout, das sind Landkarten. Ah, also Pergamentrollen, sag ich doch. Auch so ein Champion von den Animationen von 2009, ey. So geil. So geil, ehrlich gesagt. Also Timo ist echt ein cooler Champion. Ich glaub, der ist auch richtig stark aktuell. Oh mein Gott, sehr schön. Wieder Crepo-Diff, Alter. Geil. Vorsicht, die Karma-Move von hier. Und der Lee ist auch Bot-Setter. Der hat beide Camps gehabt, die beiden Camps. Haben wir noch Flash? Haben wir noch Knallen? Müsst du nehmen, ey, ne? Next, next E-Man. Oh, top. Mach mich stolz, Leute! Du hast mich stolz gemacht. Aber, aber... Das war perfekt. Bei dich auch eine Katze auf die Tastatur? Ja, Leo. Look, look! So schnell. Wie er wackelt, ist er so cute. Ich kann mal ein bisschen. Ich kann mal eigentlich Back-Bot kommen. Aber Timo ist schon so ein Chap, wenn man Behind ist, ist schon ziemlich hart, ne? Also... Yes, Sir! Bis Mitte. Ja. Ich glaube, auf dem Stack hier können wir Victory-Progress, wenn du was hittest, scannen wir die auch. Ja. Aber ich denke, warte auf meine E, dann machst du QA. Das ist ein Vier-Crash. Das ist ein P-Code, der ist ja richtig tief bei uns. Kommt aufs Glam davon. Oh mein, Leute. Ah, der hat nur Boots 1, er hat mit Boots 2, er hat die Q getrofft. Ja, der hat Blue-Buff gesolot. Oh, der ist... Können wir hin? Zoning? Oh, nein, 1 Sekunde. Ich spiele jetzt die ganze Zeit Champions von irgendwelchen Mains, die sagen, dass der Draymond schwer ist. Danach Draven, oder? Ja, Draven ist extrem schwer. Ja, Draven ist extrem schwer. Ja, Draven ist extrem schwer. Ja, ja. Den ist nicht schwer. Ein ganz normaler AD-Carry. So vergebend. Der Corgi kommt runter, hier. Vorsicht. Ja, genau. Da ist der P-Code. Da ist der P. Da ist der P. Da ist der P. Ja, ja. Ich kann nur runterlaufen. Kammer, Kammer. Kammer, dat? Ich heal dich? Ja, ich heal dich. Nein, ich habe Q-Done, Q-Done. Ich komme, ich komme, ich komme. Was war denn? Du bist okay. Er liegt kein K. Oh, er hat auch ein Ridsmart. Ich hätte ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Easy. Das ist das. Wippe sogar. Nein. Ich meine, da war ein guter Bait von mir. Ja. Das ist so wichtig. Ich sehe jetzt ein bisschen Farbenkriechern. Danke, Bro. Danke, dass er TP'd und stirbt. Ich glaube, da war ich nicht confident genug. Ja, das ist auch E noch. Ja, ich hatte noch E. Und ich hatte noch... Wie viel Tempo war voll gestackt. Ich hätte, ich glaube, aggressiv das Q flashen dürfen. Wenigens kommt Top-Bee noch ein bisschen zurück. Ja, super gut. Was da gerade passiert ist für mich? Heller Timo-Spieler müssen auch mal ein bisschen Lichtblick bekommen dürfen. Wo ist mein Mittwoch? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich komme, ich komme. Lee Sin ist gleich hinter den Midlane wahrscheinlich. Ich komme, ja. Er hat jetzt Krabbe genommen. Ein Spoiler-Move. Wann läuft denn in den Pilz rein, dieser Drecks-Minion? Noch eine Blade geht, ja. Ja, hier ist ein Lee Sin. Ja, eine Abschuss-Blade. Was gibt man als nächstes Item? Widsynth oder Blade oder Rage-Blade vielleicht? Rage-Blade ist richtig gut auf Damage-Jump, ja. Ich Rapid-Fire auch richtig gut in diesem Game. Ich glaube, ich gebe mir so ein Tanki-Build, das ist einfach leichter zu spielen. Ich glaube, die meisten, die Tanki-Build kennen, gehen halt Rage-Blade-Sack-Item und dann gehen die Full-Tank. Ja, genau. So hatte ich mir das vorgestellt. Ich glaube, der Build ist am einfachsten zu spielen, ehrlich gesagt. Äh, der Wombi tut doch uns. Nö, ne. Doch, doch. Ich bin ein Item auf dem, ich glaube, das passt schon. Ansonsten holen wir eine Crapper auch noch dazu. Ob das ein Vorteil ist? Ja. Ja. Aber gerne so zwei Lux-Qs und AC deine Kugel hat. Ich kann ihn blinden, also wenn wir alle Melee gehen, in seine Ult rein, dann bam. Und jetzt als nächstes gehe ich dann Blade of the Rune gegen Widsynth oder einfach Randoins oder so? Ich glaube Randoins ist ziemlich. Können wir die nicht 2v1, Freddy? Ja, oder? Äh, 2v2? Easy. Ich bin Ultra-Gefi... Ja, ich bin auch ziemlich strong. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, ja, die sind tot. Ja, it's rude. Okay, sind noch Flash und Dope. Ich habe irgendwie einen Blind vermisst da. Hat er euch Wombi tut? Ich habe es gesagt, ne? Ich möchte es hervorgehoben haben. Flash-Karma. Ja, zusammen mit den Lee hat er uns... Aber du bist da, hat er vorhin, ne? Crazy. Du bist überhaupt nicht gestorben. Vorsicht, der Corki ist hier, ne? Warum könnt ihr nicht zu mir kommen? Ah... Ah... Oh my gosh. One for one, good job. Nein! He's dead, he's dead. Nice. That's what we like to see. Nice. Karma hat den Kill bekommen. Äh, ich würde Basen und Drake gehen. Turret fast! Fuck's sake. Wenn ich turret-hit und dann alles... ...dann stirbt er nicht da. Ja, war schon ziemlich dead, ne? Exactly. Und, er ist peinlich? Good block, good block. Okay. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Ah! Ah, Crepo, Legende. Oh ja, klar. Ist fein, wenn ich Side-Lang gehe? Ja, klar. Der kann nicht die Wave da unten wegnehmen sollen, aber hey. Kann auch lange sein, aber ich... Problem ist, wenn ich, äh... Stopp, wie heißt das? Quitte? Mit game? Wow! Der hat das Package verfehlt und er hat mich trotzdem gewonnen hittet. Der 2-5 Quarky. Der 1-5. Äh, 1-5 Quarky. Ach so, ja. Was muss man denn machen? Was muss man denn machen? Was muss man denn machen? Ja, ich hab den Kiel gemacht, ja. Am Ende hat er... Am Ende hat er... So close. Aber wenn der mich cancel, dann gehe ich next. Kann ich den... Kann ich den Raps? Ja. Du bist Sprit durch Proof, ja? Hey! Hallo! Hi! Hey, wollen wir einfach Nash'en? Können wir machen. Die müssen noch rein. Also, die haben zwar die Pflanze, aber... Das sieht gleich aus. Wir haben Decoy down. Freddy macht einfach Gozu, glaube ich. Gozu, gehst du noch? Habt ihr jetzt streamt ab und zu, oder? Echt? Zeigst du mal, als ich einen Stream gesehen hab, hat da immer... Was auf Switch gespielt? Ah, but it's rewarded, oder? Naja, scripted, glaube ich. Pass mal, finissen wir beide. Nice. Freddy macht einfach Ende. Hab ich... Das ist einfach... Du musst nicht mal spielen können, als Vayne zu dem Zeitpunkt, irgendwie. Ich hab... Ich hab alles getankt, alles missplayed und drei Leute getötet. Ah! Oh, mein Gott. Oh, Alter! Da war aber viel Hass dahinter. Ich hab mega Hass mit dabei. Der kommt sehr hoch. Der kommt ins Gesicht auf den Timo, ey. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist jetzt hier. Oh! Nein, nein. Wir overrollen, bot. Warte, ich komm hier? Oh, er ist 1HP. Oh, er ist tot. Ich fühl das. Ich spreche dich. Das ist nicht gut, Mann. Das war jetzt echt nicht gut. Und jetzt Officer Valkyrie von der Seite. Die Ausweise, bitteschön! 2G noch was. Volk, Kaiser V, Kaiser V, Kaiser V! Oh, no! Da kommt was, da kommt was! Oh! Okay, das sieht terrible aus, by the way. Not gut. Ich hing jetzt schon. Oh, da kommt La Pakage. Oh, my god. Das ist gut, actually. Okay. Alle der schon. Da kommt Pakage! Da kommt Pakage! WPT! Er splint, er splint, er splint! Arigatooo! 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 Alter, Junge! Das ist einfach 10x mehr als Rumble, Ul. Das schaffst du, oder? Ja, easy, easy, easy. Das hat 1.200 an mir gemacht. Ich bin auch kurz reingelaufen. Just to note. Du kannst keine Forms auf Nash so werden. Scheinbar nicht. Das ist wie bei Jintraps, actually. Mein Champion ist schon fair, bin ich ehrlich. Also das ist schon balanced. Ja, das ist mein Permabill-Champ eigentlich. Also das ist schon fair, muss ich sagen. Z oder Talon jedes Game? Also Talon ist schon Riot Games. Dass diese eine Kartus-Bug immer noch funktioniert, by the way. Dass du so aus dem Fall entlaufen kannst. Ja, das ist doch so dumm. Ja, ja. Ich seh das immer, wenn Kartus gekriegt. Ja, aber der... Also Ilo-San macht jedes Game, aber der stellt sich dann einfach random AFK auf die Lane, ne? Ja, ja, aber es gibt... Ogo-Scan. Ogo-Scan, immer. Der spielt immer Kartus-Interviews, das jedes Game. Das ist tatsächlich... Also das ist schon so lange bekannt und so lange gespielt. Da zählt, glaube ich, er ist Featurend nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr geoutertet. Ah, mein Crown ist zurück. Wow, Double Lift! Double Lipotet! Das war echt schön terrible. Das macht's auf jeden Fall Sinn dann. Ja, ja. Das ist fair. No bad. Was ist das für Derbe? Ja, da war ein sehr guten T-Fight bei uns, Leute. Genau, Krapur, guter Flying. Alter, ich hab sie nicht mit der... Alter, geil, oder? Alter, geil, oder? Holy Shit! Im Flug, Junge, endgeil. Achso, soll ich jetzt umloggen eigentlich? Ah, das sind 10 Minuten Queue frei, ne? 10 Minuten Queue, ja. Ja, ja. Du musst ja ganz normal Solo Queue queuen. Gut. Ja, schonmal. Auper M спросiert sich. Kabine MDR